So, willkommen für die fünf Leute oder so, die dieses Video interessiert. Es ist einfach nur so Special-Interest-Content, den ich nebenbei mal rausgehauen haben möchte, weil ich bin natürlich jetzt langjährig involviert in Magic the Gathering und seit einem Jahr spiele ich es ja auch wieder aktiv. Zwar nicht Paper Magic, weil Corona, aber zumindest halt Magic Arena spiele ich jetzt seit ungefähr einem Jahr. Ich schaffe es auch hauptsächlich im Standard, aber auch ein bisschen in Historic slash Modern, weil ich finde, Historic ist, for all intents and purposes, ist es praktisch modern, schaffe ich es eigentlich immer ein bisschen müffig, so gut wie jede Season. Da darf jetzt qualitativ jeder drausschließen, was er will an dieser Stelle. Und Strixhaven ist jetzt das erste Set, für das ich mir nicht den Battle Pass kaufen werde. Nicht, weil ich jetzt irgendwie Probleme mit der Economy von Arena habe, die ist an sich fein. Es könnte besser sein, aber es könnte auch schlechter sein. Es ist einfach Strixhaven, überzeugt mich einfach nicht. Es ist ein extrem schwaches Set und es sind nicht die Formen von Karten mit dabei, die ich interessant finde, die Möglichkeiten geben, sich eine neue Form von Meta zu erschließen, neue Formen von Decks zu kreieren. Das fehlt mir einfach alles komplett. Und ich meine, mir ist bewusst, dass Wizards of the Coast das auch so offiziell unter der Hand angekündigt hat, dieses Set wird jetzt wieder ein bisschen schwächer, um so diesem Power-Boom entgegenzuwirken, den wir zu Beginn hatten. Aber was daraus resultiert, ist halt, dass wir weiterhin im Ikoria, Feros, Eldraine-Meta stecken bleiben. Also Power, Downgrade in allen Ehren, Aber das Mid-Season zu machen, ist ziemlich lächerlich, weil dadurch, ja. Ich meine, wir haben ja, für Leute, die jetzt nur so ein bisschen von Magic eine Ahnung haben, aber weil sie, keine Ahnung, an meinem Kommentar interessiert sind, jetzt nicht. Wir haben, ja, wir haben Legacy, Modern, Standard und Drafts, wo ihr dann wirklich nur mit den derzeitigen Karten spielt. Standard ist sozusagen der Jahrgang, ja, Modern ist dann noch mehr, Legacy ist praktisch alles. Und ich bin hauptsächlich eben Standard-Player. Ab und zu drifte ich so ein bisschen in Modern ab, weil es einfach lächerlich broken ist und zum Teil halt einfach lustig ist, wenn du mit deinem Goblin-Deck in der dritten Runde gewonnen hast. Aber, wie gesagt, ich bin halt Standard-Player. Und für mich ist praktisch nichts Interessantes in diesem Set mit dabei. Und die paar Karten, die sich vielleicht eine gewisse Form von neuem Meta erschließen könnten slash einige Decks bereichern könnten, die kann ich mir auch per Wildcards holen. Ja, ich sehe einfach keinen Grund, hier reinzuinvestieren in dieses Set. Und ich möchte diesen Kommentar aufteilen in zwei Sachen. Und zwar erstens die teuren Karten, die Karten, die jetzt so, sagen wir mal, über 5 Euro wert sind momentan. Das sind natürlich alles Vorbestellerwerte. Das Set kommt erst am 14. April raus oder so. Also all diese Preise werden noch fallen. Aber das sind die Karten, wo jetzt die meisten Spieler sagen, oh wow, das wird eine richtig gute Karte, die will ich spielen. Und insofern, wie ich bereits sagte, ich bin hauptsächlich Standard-Player, ein bisschen in Modern. Ich kann Commander und Brawl nicht ausstehen. Also das müssen Leute alles so ein bisschen im Kopf behalten. Wenn sie jetzt hier meine Meinung dazu genießen wollen, dann das bitte so im Kopf behalten. Wir gehen jetzt die Karten durch, wo alle Leute sagen, oh, das wären gute Karten. Die werden mal richtig viel wert sein, also eben auch im Spiel. Und die gehen wir jetzt einfach so durch. Ich gebe einfach meinen Kommentar dazu ab. Erstmals mit, und by the way, übrigens, sorry für die Bildqualität. Das sind halt jetzt alles so Pre-Scans, die halt irgendwo mal veröffentlicht wurden. Aber ich hoffe, man kann die Karten lesen. Das sind jetzt noch keine eingescannten Karten, die wir dann später mal aufs Cryfall bekommen werden. Beim Wandering Archaic, den man ja beidseitig spielen kann, auch hier für neu zugekommene. Wir haben jetzt Magic-Karten, von denen können wir beide Seiten spielen. Ähm, ist eine nette Karte. Also, ich denke, die Rückseite ist vielleicht erst mal wichtiger, dass man praktisch sagen kann, oh, drei Mana, schau dir die, beide Spieler schauen sich die nächsten fünf Karten an und können eine davon auf die Hand nehmen. Ähm, es ist einfach eine nette Karte. Erstens finde ich es cool, dass sich jetzt Wizard dazu entschlossen hat, ähm, colorless Spells jetzt nicht nur Eldrasi-Spells zu machen, sondern auch in Zukunft sozusagen zu sagen, okay, die sind jetzt ein bisschen teurer. Die sind jetzt ein bisschen teurer, diese Karten. Ähm, vor allem hier Explore the, 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 the Vastlands, ähm, wo ist es, the Vastlands, ähm, ist ja, ähm, vergleichbar mit, mit ähnlichen anderen blauen Karten, die nur zwei Mana kosten. Die hier kostet halt drei, dafür ist sie anwendbar für beide Spieler. Also du hast, die Karte ist ein bisschen teurer und hat ein bisschen Drawback, aber dafür kannst du die Karte in jedem Deck spielen. Das finde ich cool. Das finde ich ist eine nette Idee. Ähm, die, die, äh, also die Karte an sich, also Wandering Archaic, mein Gott, ist an sich eine nette Karte für 5-4-4er, alle, äh, Instant- und Sorcery-Spells vom Gegner kosten zwei mehr. Das ist nett, wird sicherlich Anwendungen finden, haut mich jetzt nicht um, ähm, aber es ist eine nette Karte. Ja, also brauche ich jetzt nicht zwingend, ist jetzt auch nicht unbedingt mein Playstyle, aber hat sicherlich seine Anwendung, wird vielleicht auch in modernen Verwendungen finden, wo du viele Hate-Decks hast, vor allem unter Weiß, die so gut wie möglich versuchen, einen Gegner aus dem Spiel auszuschließen. So, dann, bam, die neue Liliana-Karte, die momentan relativ viel wert ist. Nicht unbedingt, weil die Karte so gut ist, sondern hauptsächlich, weil, ähm, es ist eine Liliana-Karte, es ist eine Müffig, ja, alle, alle Magic-Simps wollen ihre Liliana-Collection voll haben, deswegen ist die Karte so teuer. Ich bin nicht unbedingt überzeugt von dieser Karte. Ähm, 6 Mana ist ein ziemlicher Haufen, die Magecraft-Fähigkeit an sich ist nett, weil dadurch kannst du es vielleicht so ein bisschen zu einem Game-Closer machen, ja. Sagen wir mal, Gegner hat nur noch 8 Lebenspunkte, dann kannst du ihn vielleicht sogar durch die Magecraft-Fähigkeit allein platt machen. Ansonsten finde ich schön an dieser Liliana-Karte, dass sie ein klassischer Planeswalker ist. Du hast deine, ähm, du hast deine Plus-1-Fähigkeit, einfach um auf diese Achter-Fähigkeit zu kommen, ähm, die eigentlich so gut wie nix bringt. Dann hast du deine Selbstverteidigung für Minus-3, die, naja, ich find's jetzt ein bisschen fragwürdig, ich find's dir jetzt nicht so gut. Und dann hast du deine finale Fähigkeit, die dir wirklich das Spiel gewinnt. Also, was auf dieser Karte praktisch steht, ist, Gegner verliert 21 Lebenspunkte. Wenn er so gut, wenn er, wenn er keine Hand mehr hat, dann verliert er 21 Lebenspunkte, du hast das Spiel gewonnen. Und, sagen wir mal, Gegner hat noch, Gegner hat noch irgendwie zwei Karten auf der Hand, ja, gut, okay, dann, dann verliert er halt, äh, zumindest, äh, 15 Lebenspunkte. Ja, also, insofern, ähm, schon eine starke Karte, aber ich seh halt auch hier mal wieder nicht die Möglichkeit gegeben, dass das Ding jemals auf acht Loyalty-Counters kommt. Es ist immer wieder das Gleiche, äh, mit diesen Karten, und ich find halt sechs Mana echt heftig. Äh, diese Karte erinnert mich sehr an, ähm, diese Doppel-God-Kart von Kaltheim, wo auch alle, wow, holy shit, das ist die brokenste Karte ever, und dann hat's ja am Ende doch eigentlich fast keiner gespielt, weil es einfach zu schwer ist, beide Hälften rauszubringen. Oder die M21-Liliana, die, wo auch alle gesagt haben, wow, die ist so, ja, oppressive, und die wird praktisch das ganze Meta neu bestimmen, und dann hat's keiner gespielt, weil es einfach keine gute Karte war. Und, ähm, ich seh hier, ich, ehrlich gesagt, ich, ich seh hier fast genau das Gleiche. Also, was die Karte so ein bisschen abhebt, ist die Magecraft-Fähigkeit. Das will ich dem Ding lassen, das könnte eventuell ein Game-Closer sein. Fein. Ähm, wie gesagt, da bin ich mir, also, ich werd's wahrscheinlich nicht spielen. Äh, Crackle with Power ist ne Karte, ich fass das jetzt mal schnell zusammen. Entweder du zahlst 5 Mana, und fügst dem Gegner 5 Schaden zu, oder ne Kreatur, aber vermutlich wohl eher im Gegner, oder du zahlst 8 Mana, und fügst dem Gegner 10 Schaden zu. Ich find's sehr gut, dass es diese Karte gibt, weil, ähm, Rot fehlt momentan so ne Karte wie Fireball, damals aus Mirodin. Dass du einfach sagst, ich hab überschüssiges Mana, ich weiß nix damit anzufangen, hey, wandel das Ding einfach in Schaden um. Und, ich find halt, 8 Mana ist halt schon ein bisschen heftig, aber dafür kriegst du 10 Schaden. Okay, fine. Ähm, die Karte hat halt praktisch diese 2 Modi, und das ist ja auch in Ordnung. Also, ich find's sehr gut. Diese Karte macht jetzt rote Decks nicht zwingend auf einmal wieder viable, aber es ist ne gute Edition. Also, wenn du wirklich auf Damage Boost gehen willst, rot allein Damage Boost, dann ist das eigentlich fast ein, würd ich sagen, weil allein schon für 5 Mana 5 Schaden kann schon einiges bewirken. Und vor allem, wenn du's direkt auf dem Gegner spielen kannst. Kann eventuell dir wirklich, also schnell das Duell beenden. Es ist ne super Karte. Ich würd's sagen, Crackle with Power, ähm, ist jetzt ne Karte, die ich mir eventuell sogar mit ein, zwei Wildcards craften würde. Tatsächlich. Es ist, es ist ne super Karte. Es ist ne Karte, die Rot momentan unbedingt benötigt. Äh, die muss ich mir jetzt sogar selber noch mal durchlesen. Ach ja, ähm, die Karte fun- Ne, ich weiß es wieder. Die Karte funktioniert folgendermaßen. Ähm, du kannst dir 4 Kreaturen mit, äh, Mana-Kosts x oder weniger aussuchen. Und der Gegner, äh, tut dir 2 davon aufs Battlefield. Starke Karte. Weil hier ist, wie die meisten Spieler diese Karte verwenden werden. Sie werden 5 Mana für diese Karte ausgeben und werden sich lauter kleine Kreaturen raussuchen, die selber Mana produzieren können. Mein Problem mit dieser Karte. Du musst 5 Mana dafür ausgeben. Und mein Problem hier an dieser Stelle ist, wenn du in einem grünen Deck schon 5 Mana überhaupt zur Verfügung hast, das reicht meistens aus. Ja, du kannst, äh, diese ganzen, du kannst, ähm, diesen 4-4er für 3 spielen, äh, aus, aus Carltheim. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, dieser Troll. Ähm, du kannst das, ähm, das, das, das Love-Struck-Beast oder wie es heißt spielen. Du kannst das Questing-Beast spielen. Du kannst, äh, diesen, äh, du kannst den, für 5 Mana, den 6-6er Vigilance, Reach, was auch immer. Ich weiß den Namen nicht mehr. Ich blende es hier ein. Du kannst all die schon für 5 Mana spielen. Es braucht dann da eigentlich nicht mehr diese Karte. Das ist so ein bisschen für mich das Problem. Es ist so ein bisschen redundant. Ich finde, diese Karte ist so ein bisschen redundant. Ähm, aber vielleicht kannst du einen Game-Closer draus machen. Weißt du, ich meine, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, 7 Mana für das Teil ausgibst, dann kannst du irgendwie einen Questing-Beast und noch was raushauen. Ich wollte nur sagen, Woring-Klecks. Na, ne, Woring-Klecks, da müsstest du 9 Mana investieren. Das kannst du vergessen. Aber es gibt Möglichkeiten. Ja, es gibt Möglichkeiten, für diese Karte, ähm, zu scheinen. So, bei dieser Karte, das hat mich sehr gewundert. Anfangs war ich sehr perplex, dass diese Karte für so viel Geld weggeht. Ähm, und ich denke, es geht nicht um diese Seite. Ich denke, es geht nicht, weil, weil, ich meine, whatever, wen, 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 wen interessiert das? Ja, ich meine, das bringt überhaupt nichts. Es gibt auch keine wirklichen Meta-Decks, die davon profitieren. Nein, ich denke, was wichtig ist, ist die andere Seite, die für 4 Mana. Und was halt, es ist schwierig. Ich finde, ich finde die Karte sehr riskant. Also, ich meine, es ist, weil, was wichtig, was wichtig an dieser Karte ist. Also, das ist so, ne, du schaust dir die nächsten 5 Karten an und für jede, die du brauchen kannst und auf die Hand nimmst, zahlst du 3 Lebenspunkte. Das ist nicht das Wichtige an dieser Karte. Was diese Karte für viele Leute, denke ich, so interessant macht, und deswegen ist es ja eine grün-schwarze Karte, ist, was passiert mit den Karten, die du nicht auf die Hand nimmst? Die kommen in den Graveyard. Das ist das Wichtige. Du bekommst, wenn du von den nächsten 5 Karten keine brauchen kannst, hast du für 4 Mana 5 Karten im Friedhof. Das ist der wichtige Punkt. Es gibt sehr viele Karten, äh, in, in, äh, in, äh, Raktos, Escape, schwarz-rot oder grün-schwarz, ähm, gibt es viele, viele, ähm, Karten, die einfach davon profitieren, dass mehr Karten im Friedhof sind. Aber ich finde halt 4 Mana heftig. Ich finde 4 Mana ziemlich heftig. Also ich, 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 ich bin mir nicht sicher, ob ich da nicht lieber die Thymarit-Karte spielen würde als Faros. Weil das ist die, die ich momentan für mein Raktos-Deck immer noch drin hab. Ähm, und ich glaub, ich würd trotzdem lieber die spielen. Ich bin, ich bin mir unsicher. Vielleicht, vielleicht unterschätze ich diese Karte. Ja, vielleicht unterschätze ich die Karte. Vielleicht wäre es besser, die zu spielen. Aber ich find 4 Mana, vor allem mit Doppelschwarz, ist, ist heavy. Ist ziemlich heavy. Ähm, da bin ich mir unsicher. Aber das ist, es ist eine gute Karte. Ich weiß nur noch nicht, wie gut. Ähm, so. Und als nächstes, ich glaub, das ist die teuerste Karte. Die teuerste Karte im, im, im ganzen Set. Äh, Yatzi. Yatzi. Oracle of Arcevius. Die, ich glaub, die Rückseite können wir ignorieren. Ja, das ist 4 Mana. Any number of Lenka from your hand onto the battlefield. Äh, you may discard a card if you do return journey to its owner's hand. Das ist praktisch eine Karte, die sich selbst wieder auf die Hand holen kann, im Fall der Fälle. Dass du dann sozusagen erst mal die spielst. Und dann, also erst die grüne Seite, und dann spielst du die blaue Seite. Mein, hier ist der springende Punkt. Also, die, die blaue Seite ist praktisch 8 Mana. Es ist eine Karte, die sich selbst, äh, protektieren kann. Ja, also falls der Gegner irgendwie in Removal spielt, dann kannst du sie wieder auf die Hand spielen. Und die Magecraft-Fähigkeit ist eigentlich praktisch, du hast so gut wie das Spiel gewonnen. Ja, also du kannst, ähm, du kannst praktisch, wie in einem, wie in einem Tron-Deck, ja, wie in einem, wie in einem, so einem Standard-Tron-Deck, kannst du dann praktisch nach und nach alles raushauen, ähm, was am obersten Teil deines Decks liegt. Ähm, und du, ich glaub, if it's a land card, put it onto the battlefield. Ja, also du kannst wirklich durchziehen. Mein Problem ist, mit diesem, mit dieser Karte, ich find, 8 Mana ist 1 Mana zu teuer. Das ist so mein Problem. Für 8 Mana krieg ich ein U-Gen. Und das ist so hauptsächlich mein Problem. Das ist so hauptsächlich mein Problem mit dieser Karte. Die untere, die untere Fähigkeit ist Magecraft. Das heißt, du musst überhaupt erst mal Spells spielen, um diese Engine wirken zu lassen. Und 8 Mana, wie ich bereits sagte, wenn ich 8 Mana hab, dann krieg ich U-Gen dafür. Ich verstehe, warum Leute diese Karte gut finden. Es ist ein Game-Ender. Ja, es ist definitiv eine Game-Ender-Karte. Aber, aber U-Gen ist besser. U-Gen ist besser. Und, ich weiß nicht. Ich bin mir unsicher. Ich find die Karte auf den ersten Blick find ich die Karte jetzt nicht so prall. Dann haben wir Rowan und Will. Heiß diskutierte Doppel-Planeswalker-Karte. Ähm, ich weiß auch noch nicht so wirklich meinen Kommentar dazu abzugeben. Weil ich mein, Rowan ist, Rowan hat enorm viel Druck hinter sich. Ja? In so einem typischen blau-roten Ziehkarten- und Mach-Schaden-Deck. Ja, hat Rowan extrem viel Pfiff hinter sich. Das große Problem ist nur, du spielst die Karte für drei Mana und dann kann der Gegner sie eventuell schon mit einem, äh, mit einem, äh, äh, mit einem, ach, ich vergesse immer wieder den Namen, Bonecrusher-Giant fertig machen. Bevor sie überhaupt drei Loyalty-Counters drauf hat. Und das ist ein Riesenproblem. Es ist halt ein super schwacher Planeswalker. Und das ist, und vor allem, das, das weitere Problem ist ja, ähm, die Plus-Eins-Fähigkeit ist komplett nutzlos. Das ist das große Problem mit Rowan, die Plus-Eins-Fähigkeit. Mein Gott, jeder Gegner kriegt einen Schaden. Wen interessiert das? Also, das ist, es ist ein großes Problem. Es ist ein großes Problem, aber es steckt Pfiff hinter der Karte und es gibt jetzt halt auch viele Leute, die sagen, oh nee, aber, aber, aber Will, Will ist schon machbar, Will ist eine gute Verteidigung, andere Leute sagen dann wieder, die würde ich nie spielen, halt vor allem in einem rot-blauen Deck, weil es eher auf Verteidigung geht. Ähm, ich finde Will ganz cool. Vielleicht bringt er ab und zu was. Aber du spielst das Ding hauptsächlich wegen Rowan. Ja, also das muss man, das muss man ganz klar sagen. Aber ich befürchte die Dinge, das, das Hauptargument gegen solche Karten ist immer Dice to Removal. Ja, also, und das, zwei Loyalty-Counter ist übel. Ist richtig übel. Ähm, insofern, ich weiß nicht, wir werden sehen, also ich bin sehr gespannt. Beledros, Riverbloom, ähm, warum ist die Karte interessant? Die Karte ist hauptsächlich, weil an sich ist die Karte nichts Besonderes. Warum ist die Karte interessant? Die Karte ist interessant, weil du sie praktisch für, wenn du sieben Mana hast, dann kannst du die Karte für zehn Lebenspunkte spielen. Und für null Mana. Deswegen ist für viele Leute diese Karte interessant. Äh, hauptsächlich in Modern. Ähm, und ich bin mir nicht sicher. Ich sehe nicht das große Potenzial in dieser Karte, weil zehn Lebenspunkte ist ein Haufen. Und, ähm, du musst sieben Mana, du musst trotz alledem, musst du sieben Mana draußen haben für diese Karte, um sie erstmal spielen zu können. Und dann kannst du zehn Mana zahlen, um alle Länder wieder zu enttappen. Und das kannst du auch nur einmal machen. Das ist keine Unendlich-Kombo oder so. Das ist nicht gut. Das ist in meinen Augen nicht wirklich gut. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum Leute die Karte so hoch halten. Also, ich würde es nicht spielen und ich sehe auch keine wirkliche Application dafür. So, Body of Research. Das Ding ist absolut insane. Ähm, also, for all intents and purposes, wenn du diese Karte, Entschuldigung, wenn du diese Karte spielst, kriegst du für sechs Mana praktisch ein 30-30er. Ja? Und, für, also, für sechs Mana so einen Game-Ender zu bekommen. Ich meine, hau diese Garruk-Karte für drei Mana raus, aus M21, und alle haben Trampel und du hast das Spiel gewonnen. Das Ding muss nur noch eine Runde überleben und du hast das Spiel gewonnen. Das Ding besteht aus plus eins plus eins Countern. Das heißt, du kannst sie nicht mit Heartless Act und sowas fertig machen. Die Karte ist absolut fucking insane. Und ich denke, diese Karte ist absichtlich so gepusht, weil, ähm, weil, dieses Set, mehr als alles andere, unbedingt Simic wieder spielbar machen will. Es gibt momentan praktisch keine Simic-Decks. Das ist blau-grün, für die Leute, die sich mit diesen Begrifflichkeiten nicht auskennen. Das ist grün-blau. Das ist Simic. Und Simic spielt momentan kein Mensch, weil solche Sachen wie, äh, Uro und ähnliches gebannt werden mussten, Oko, die waren so fucking broken, äh, weil du in Simic einfach so viel Incentives dafür bekommst, mehr und mehr und mehr und mehr, äh, Mana zu bekommen, dass sie einfach das, sie mussten das halt einfach curb-stompen, das ganze Ding. Und deswegen spielt momentan keiner, ähm, Simic. Diese Karte ist absichtlich so gepusht, damit Leute dazu animiert werden, mal wieder Simic zu spielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Karte ist so gut, dass ich eventuell dazu neigen würde, jetzt Simic doch mal irgendwie mal wieder eine Chance zu geben. Ja, das ist so. Ähm, das ist noch, äh, so ein weiterer Drache, den ich nicht kapiere. Ähm, Artefakte können dir ein Mana geben. Artefakt-Decks sind in der Regel rot. Rot allein oder colorless. Ich kenne jetzt keine wirklichen blau-roten Artefakt-Decks. Ich kapiere die Karte nicht. Also meiner Meinung nach komplett am Ziel vorbei. Du kannst sie zwar natürlich in einem roten Deck spielen, das Treasure-Tokens hat. Aber, aber du kannst es nicht kombinieren. Du kannst Treasure-Tokens, die ja Artefakte sind, nicht mit diesem Effekt kombinieren. Weil du musst dich entweder für den Effekt entscheiden oder für den Treasure-Token-Effekt, die praktisch identisch sind. Du kannst dich beides aktivieren, weil du es ja... Doch, Entschuldigung. Du kannst Treasure-Tokens dafür hernehmen, dass du sie nicht opfern musst. Und, ah, da habe ich mich verlesen, ja. Also sozusagen, was diese Karte kann, ist Treasure-Tokens bleiben dir. Wir werden sehen. Kann sein, dass ich die Karte unterschätze, aber beispielsweise auch die, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die 4-4er fliegend rot für 5. Das ist auch, wow, mein Gott, das ist die beste Karte ever. Und eigentlich spielst du so gut wie kein Schwein mehr, weil 5 Mana halt einfach zu teuer ist. Und bis du diese Karte spielst, hast du als rotes Deck eh schon alles verspielt, was du auf der Hand hattest. So ein bisschen kommt mir die Karte halt auch vor. Die Karte kapiere ich überhaupt nicht. Harness Infinity, Exchange Your Hand in Graveyard. Toll. Dann hast du deinen ganzen Graveyard auf der Hand, kannst nichts mehr spielen, weil du keinen Mana mehr hast und musst dann wieder bis 7 Karten ablegen. Kapiere ich nicht. Kapiere ich nicht die Karte, vor allem nicht für die Mana-Kosten, ähm, da, keine Ahnung, spiele ich lieber sowas wie Midnight Clock Tower oder wie es hieß. Also, ich weiß, andere Farbe, aber, also, ich kapiere die Karte nicht, können mir Leute gerne erklären, was so toll da dran sein soll. Also, für 7 Mana möchte ich sowas spielen können wie Kiora Best for Sea God oder so. Ja, das ist dann Game, Game Winner. Und das hier ist eigentlich, das ist gar nichts. So, die Karte, auf die ich aber gespannt bin ohne Ende, das ist fucking Kasminer. Das ist meiner Meinung nach die brokenste Karte im ganzen Set. für Modern wird kein Mensch im Standard spielen, aber seit War of the Spark haben sich ja so Planeswalker Decks etabliert, ja, wo Leute wirklich nur Planeswalker spielen. Und, ähm, in War of the Spark gab es ja jetzt, also, was Kasminer kann, ist, jeder Planeswalker hat eine plus 2 loyalty Ability. Ja, das ist eigentlich letzten Endes, was auf dieser Karte steht. und jetzt gibt es ja in War of the Spark Planeswalker, die haben keine Plus Ability. Die sind so designt, dass sie nach und nach die plieten und du kannst dann nichts mehr machen. Und mit Kasminer haben jetzt solche Dinger plus 2 Abilities. Das ist fucking nuts. Der einzige Nachteil an Kasminer ist, sie ist Simic und diese Planeswalker Decks sind in der Regel mehr so, äh, blau, schwarz, rot angehaucht. Und da passt Kasminer nicht wirklich rein. Aber, das Ding ist, ist broken beyond belief. Und ich bin total gespannt, also die Karte ist, ist so broken, dass ich eventuell versucht wäre, weil ich spiele so ein Deck nicht. Ich spiele so ein, äh, Planeswalker Deck nicht. Die Karte würde mich jetzt dazu animieren, das auszuprobieren. Und insofern, äh, ich würde sagen, das ist in meinen Augen praktisch die beste Karte im ganzen Set. Das Ding, das, dieser, alle, alle Planeswalker haben eine plus zwei Ability. Obwohl sie normalerweise noch nicht mal plus Abilities hätten. Das ist, das ist fucking nuts. Also, das vor allem für nur drei Mana, ja, das ist insane. Ähm, also das, ja, da habe ich auf jeden Fall ein Auge drauf. So, und jetzt, äh, kommen wir, ich hoffe, dass mir die Batterie nicht ausgeht, noch so zu ein paar Karten, äh, zu sprechen, die ich ganz nett und interessant finde. Äh, Environmental Science, auch hier, wieder mein Kommentar an dieser Stelle, ähm, ich finde es cool, dass wir jetzt so Colorless-Karten haben. Ähm, such dir ein Basic Land, äh, tu es auf die Hand. Ähm, okay, you gain to life, das ist halt nur so ein bisschen, ja, so ein bisschen, so ein bisschen noch mehr Wert mit dazu. Ähm, werde ich jetzt wahrscheinlich nicht spielen, ich habe nämlich das grüne Äquivalent dazu, ich blende es hier ein, ich weiß den Namen immer nicht mehr von den Karten. Ähm, die habe, da habe ich eine Kopie oder zwei, glaube ich, in meinem, äh, Five-Color-Schreindeck. Ähm, und, aber es ist cool, es ist cool, dass das jetzt jeder spielen kann. Ja, also Wizards ist sehr darauf bedacht, dass Leute weniger und weniger Probleme mit Mana haben, weil einfach das, äh, Hearthstone, die Hearthstone-Idee einfach besser ist, ja, jede Runde kriegt, kriegt jeder Spieler automatisch einen Mana. Ich wünschte, dass Magic das auch adaptieren würde, aber, naja. So, kommen wir auf die Magecraft-Fähigkeit zu sprechen, das ist so die, äh, Clever, Lumimancer, ist so die Engine. Das ist so die vermeintliche Engine, die dir als Spieler präsentiert wird, dass du vielleicht mal Magecraft spielen solltest. Vielleicht erinnern sich noch Leute in Culltime an den 1-3er-Engel fliegend, das war die Engine für Angel-Decks, die dann aber leider nichts getaugt haben. Ähm, und das hier ist halt jetzt die, die Engine für Magecraft-Decks. Und ich mein, plus 2, plus 2, und das eventuell nicht nur einmal pro Runde, wohlgemerkt, also whenever you cast or copy an instant or sorcery spell, das ist ne gute Engine. Ist aber halt so nur 0-1er. Ähm, erinnert mich sehr an den 0-1er Hellhound-Dog, oder wie er hieß, der rote, äh, Sandika Rising. Ist gut. kann ich sehen, dass das eventuell, äh, vor allem eben in White-Weenie-Decks, eventuell tatsächlich funktionieren könnte. Ja, also ist ne interessante Karte, und ich bin gespannt, in welcher Kapazität ich sie zu sehen bekomme. Das find ich jetzt auch ganz lustig, äh, billige Karten, gegen die der Gegner was tun kann. Ja, das ist so deine typische Kreatur, kann ich blocken und angreifen und keine Abilities aktivieren, aber für 3 Mana kann sie den Gegner zerstören. So, wenn du das jetzt relativ früh rausbringst, die Karte, dann klaust du für 1 Mana dem Gegner 3. Und das kann eventuell, vor allem in nem White-Weenie-Deck, könnte das super ätzend nervig werden. Also das ist, ich glaube, das ist ne Karte, die werde ich oft in White-Weenies sehen. Da bin ich mir relativ sicher, weil dem Gegner 3 Mana und damit dann eventuell ne ganze Runde zu klauen. Das ist ganz schön heavy. Für nur 1 Mana-Investment? Das ist, das ist krass. Ähm, Guiding Voice, ja, da wollte ich nur auf die Learn-Ability eingehen. Die Learn-Ability ist ein Haufen Scheiße. Ähm, es gibt hier und da immer mal wieder so Abilities, die Wizards neu einführt, weil sie müssen halt irgendwas Neues machen und die sind halt kompletter Käse. You may reveal a lesson. Diese ganzen Lessons-Cards sind meistens auch ziemlicher Scheiß, so vom Power-Level her. You own from outside the game. Also du darfst die nur nicht mal im Deck haben. Du musst die extra betitelt in deinem Sideboard haben. And put it into your hand on this card card and draw a card. Keine Ahnung. Also ich find Lesson bescheuert. Bin ich ganz ehrlich. Ich seh da wirklich so gut wie, ja, so gut wie kein, so gut wie kein Mehrwert. Um ganz ehrlich zu sein. Mavinda, die lese ich jetzt nicht komplett vor. Boah, das ist praktisch der neue Lurus. Mei, wer's braucht, ich find jetzt, weil es geht, es ist sozusagen der Lurus für Instant oder Sorcery. Aber auch nur für Instance und Sorcerys, die sich auf eigene Kreaturen beziehen. Ähm, ist vielleicht interessant für so White Weenie Enchantment Equipment Decks. Ja, wo du eine Kreatur irgendwie zu einem 12-12er Fliegen Trampel aufpowerst. Da könnte die vielleicht interessant sein. Ähm, bin mir, oh, activate only once each time. Achso, ja, wie Lurus. Genau, wie Lurus auch. Ähm, okay, fein, ja. Secret Rendezvous. Wollte ich nur präsentiert haben, das sind so Karten, die gefallen mir. Das sind so Karten, die gefallen mir. You're a target opponent, draw each three cards. Finde ich cool. Ich mag Karten, ich mag Karten, die einfach das Spiel beschleunigen. Und im Notfall auch für meinen Gegner. Ich mag so ein Zeug. Äh, ich kapiere nicht, warum die weiß ist, um ganz ehrlich zu sein, aber sowas mag ich. So ein bisschen so Karten, die so ein bisschen so outwear sind, wo du ein bisschen Risiko eingehen musst, um sie zu spielen. Ich mag so ein Zeug. Auch hier, das, sowas mag ich. Multiple Choice. Sowas mag ich. Das ist einfach, wow, mehrere Applications. Einfach, wo, wo, wo im Duell du dich grad befindest. Ich find's cool. Ich find's super. Also sowas mag ich. Also falls Leute so meine, meine Präferenzen wissen wollen, so, so Karten find ich super. Ja, Multiple Choice ist klasse. Reject, Counter Target, Creature, Planeswalker Spell. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Das derzeitige Standard, und vor allem Modern, ist so überflutet mit Counterkarten, warum hat's die jetzt auch noch gebraucht? Ich mein, this is for all intents and purposes, ist das Counter Spell. Und, man könnte eventuell argumentieren, sogar noch heftiger als Counter Spell, weil das exiled die Karte. Ich mein, ja, ja, Creature or Planeswalker. Ich weiß, du kannst es kein, du kannst es kein Ultimatum damit weghauen. Okay, fine. Ähm, aber, ey, ich find's brutal. Ich find's, ich find's wirklich brutal. Vor allem Common, das ist so fucking Common. Also, this is insane. Das ist fast, das ist fast, das ist fast unglaublich, dass die Karte existiert. So, äh, sorry für den Cut, ähm, ich muss das hier nochmal selber ein bisschen tun. Test of Talons, also Test of Talons. Test of Talons. Ähm, ja. Counter, eines der vier Ultimatums des Gegners, und er kann nie wieder ein Ultimatum spielen. Zwei Mana. Absolut insane. Absoluter Wahnsinn. Äh, mir fällt da, ne, zu, äh, äh, an kann man. Ah, ich freu mich schon so auf Blau Control, diese Season. Ah, das wird, mh, mh, das wird, das wird so gut. Äh, vor allem in Simic. Das werden dann natürlich alle in Simic spielen, gell, bis sie dann halt ihren 30-30er rausbringen. Ähm, ähm, was wollte ich mit Award? Das ist eine ganz seltsame, Award ist, also, ganz ist, warum, warum nicht Hexproof? Warum nicht einfach Hexproof? Also praktisch, diese Karte kann kein Target von der Instant oder Sorcery oder Ability sein, wenn der Gegner nicht zwei zahlt. Also es ist praktisch ein Hexproof für Arme. Es gibt auch kaum Kreaturen oder überhaupt Karten in diesem Set, die die Award-Fähigkeit haben. Weiß nicht was. Was Wizards damit bezwecken wollte, auch kompletter Schwachsinn. Ähm, Ryan Cosme was paid, an opponent draws a card. Exile Target creature, Planeswalker. Ähm, immer, immer, äh, gern gesehen. Ja, ähm, und das Wichtige ist, du kannst sie für zwei spielen. Du kannst für zwei Mal einen Planeswalker exilen. Okay, der Gegner darf eine Karte dann dafür zahlen. Ähnlich wie jetzt bei Shatter of the Sky. Aber, ich mein, come on. Also, zwei Mana, Exile Target creature, Planeswalker. Das ist irre. Die ist echt, die ist insane. Ich glaube, ich denke, die Karte, die werde ich mir holen. Die werde ich mir craften. Die werde ich mir craften für mein Raktor-Stack. Weil das ist, das ist nuts. If, was, if two costs was paid, open and draws a card. Das ist alles. Open and draws a card. Wen interessiert's? Dafür kann ich Planeswalker von ihm platt machen. Einfach so. Zweimaler. Die ist insane, die Karte. Äh, I witch, when it dies, learn. Das ist nett. Ach, I twitch. I twitch. Äh, nette Karte. Sehr, sehr nette Karte. Äh, sicherlich lustig in, äh, die ist mir einfach nur so aufgefallen. Sicherlich lustige Karte für Draft. Ähm, pay free life, whatever you cast a copy in instant, create a one more black queen. Ja, das ist, das ist eine nette Karte. Ich muss sagen, das ist sogar eine Karte, die wäre vielleicht sogar zu überlegen, ob ich die in irgendeine Form von einem meiner schwarzen Decks rein tue. Ja, Ward, pay free life, ist jetzt auch nicht ohne. Ist jetzt so ein bisschen, geht auch so ein bisschen so in die Richtung, in Bonecrusher Giant. Das ist eine nette Karte. Dragon's Approach. Äh, da kann man eventuell ein ganzes Deck draus machen. Nicht zwingend im Standard, aber es gibt ein sehr starkes Drachendeck in Modern. Und ich mein, drei Mana ist halt heftig. Ja, ich mein, drei, äh, Mana für drei Schaden und die kannst du nicht mal einer Kreatur zufügen, sondern die musst du um Gegner zufügen. Äh, You May Exile, Dragon's Approach and four cards named Dragon's Approach from a graveyard if you do such a level for a Dragon card and put it onto the battlefield. Ähm, ist, ist schwierig. Aber das ist so ne, weißt, das ist so ne Karte. Die willst du, dass sie funktioniert. Und, ach, ich weiß nicht, wäre lustig, das mal auszuprobieren. Äh, if you cast, cast if it targets a creature token. Das ist lustig. Solche Karten mag ich. Ja, ein Mana übernehmen target creature token. Könnte ich den 30-30er vom Gegner für ein Mana einfach übernehmen. Haha. Natürlich nur für eine Runde. Das ist klar, all diese roten Karten funktionieren so immer nur für eine Runde. Aber das ist, ich, sowas mag ich. Ja, sowas ist lustig. Ähm, ist, äh, Retriever Phoenix, äh, is in your graveyard. If you would learn, you may instead return to the battlefield. Das ist lustig. Das ist jetzt eben auch so ne Karte. Also, die hat eben so nen starken Return-Effekt. Das wäre jetzt wirklich interessant, ob man da, weil du musst die Karte nur einmal in den Friedhof befördern. Ja, den, den Retriever Phoenix. Und dann kannst du ihn mit Learn immer und immer wiederholen. Das wäre interessant, ob es wert wäre, da ein ganzes Learn-Deck drumrum zu bauen. Ja, also, ich liebe solche Karten. Bau ein ganzes Deck drumrum die Karte. Ähm, und die hier wird vermutlich, äh, äh, Bayou Groff, die wird wahrscheinlich Verwendung in meinem grünen Stompy Deck finden. Also für zwei Mana in fünf Vierer. Und du musst ne Kreatur opfern? Mein Gott, da kann ich einfach irgendeinen 1-1er opfern. Und da hab ich für zwei Mana in fünf Vierer draußen. Du, hallo? Common! Ich denke, die wird in mein Deck kommen. Bin ich mir relativ sicher. Devouring Tendrils, target creature you control, these damage equal, ja, das ist, diese Karte ist wichtig, weil die Kreaturen fighten nicht. Deine fügt dem anderen ne Schaden zu. Das heißt, gleichwertige Kreaturen, du kannst gleichwertige Kreaturen gegeneinander antreten lassen, aber deine stirbt nicht. Da gibt's ja, äh, Ramfrew, ist die andere, das ist das Äquivalent hierzu, Ramfrew. Äh, die ist aus M21, glaub ich, gell. Ähm, das ist cool. Auf jeden Fall cool. Cooler Reprint in dem Sinn. Ähm, und Batterie neigt sich dem Ende zu. Ich hoffe, dass ich's doch noch durchziehen kann. Ähm, das hier ist ne lustige Kombo. Diese, diese rot-weiße, Plark und Augusta. Wollte ich einfach nur gesagt haben. Das ist auch mal wieder so ne Karte, ähm, oder jetzt, Leute können sich's ja durchlesen, ja, aber es ist, es ist interessant, weil du kannst auch hier wieder eventuell ein ganzes Deck drumrum bauen. Sowas find ich echt cool. Ähm, das ist Grinch, Glenn Trample, die Doppelkarte, Valentin und Lisette. Ähm, das ist halt auch wieder, das ist speziell auf Tokendecks fixiert das Ganze. Und Lisette kann man eventuell für dieses grün-weiße plus-eins-plus-eins-Deck hernehmen, das momentan gespielt wird. Das auch ziemlich gut ist. Ähm, also auch hier sind, sind viele Möglichkeiten gegeben. Ähm, Blade Historian eignet sich wunderbar, auch wenn's nur selten gespielt wird, für Warrior Decks, die du halt da natürlich mit dem Embercleave ausstattest und so weiter und so fort. Aber Attack and Creatures you control have double strike. Das ist, das ist fucking nuts. Und was noch irre ist an dem Ding, du kannst es nicht mit zwei Schaden platt machen. Es hat genau drei Schaden, dass du's nicht mit nem Bonecrusher Giant platt machen kannst. Mhm. Das is fucking insane. Culmination of Studies. Muss ich mir selber nochmal kurz durchlesen. Excite the Topics Cards for each Land. Excite this way create a Treasure Token for each Blue Card. Excite this way Draw a Card for each Red Card. Deal one damage to each Opponent. Gut, letzter Effekt ist vernachlässigbar, der Rest ist lustig. Oder? Ja, ich mein, der Rest ist lustig. Und solche Karten mag ich einfach. Ja, soll ich jetzt so riskieren ein bisschen was, so ein bisschen Randomness. Ich mag sowas. Bringt so ein bisschen Chaos in das Duell rein. Ich, ich find sowas, ich find sowas cool. Ähm, für vier ein Elfzehner leider kein Trumple, äh, kein Trumple, kein Trumple Trump. Kein Trumple, ähm, aber erneut kann man einfach ausstatten, kann man, könnte ich jetzt in meinen, könnte ich jetzt ganz simpel und einfach in meinen, ähm, Stompy Stomp Deck tun, weil ich kann's ja mit rein grün und dann spiel ich die Garok Karte mal wieder und das Ding hat Trampel und der Gegner hat verloren. Man, du, vielleicht tue ich die in meinen, vielleicht tue ich die in meinen, Stompy Stomp, ja, müsste ich mal überlegen, weil die wär eins billiger als der 10-10er Dinosaurier für fünf. Das wär cool, ja. Ähm, was war mit der? Ähm, Demogoth, Woe Eater, äh, at the beginning of I sacrifice a creature when you sacrifice each opponent's card's a card, you draw a card and you gain two life. Ach so, ist ein 7-6er für vier. Aber du musst auf alle Fälle schwarz mit dazu, mh, bin ich gespannt, bin ich gespannt, ob ich gegen die mal spielen muss. Weil ich glaube, ich würd's jetzt nicht spielen, aber vielleicht sind andere Leute bereit, sich drauf einzulassen. Äh, das ist absolut fucking insane. Simic, auch hier, sehr gepushte Simic-Karte, Copy Target Creatures Value Control. Insane. Absolut irre. Zwei Mana, Copy Target Creatures Spell. Excuse me. Ähm, das ist absoluter Wahnsinn. Wie gesagt, auch komplett gepushte, äh, Simic-Karte an der Stelle. Dramatic Finale, was war das? Was war das? Creature Tokens, you control, geplastet. Non-Creature, you control, create a two, one. Okay, also jedes Mal, wenn eine Kreatur von dir stirbt, kriegst du praktisch ein 3-2er fliegend. Für vier Mana, das ist fucking nuts. Das ist fucking nuts. Ähm, das wär eventuell sogar spielbar. Ach so, nee, Rakdos, vier schwarze, ist schwierig. Aber, ja, du, das ist eventuell, du, das könnt eventuell, das könnt eventuell, Angel-Decks wieder viable machen. Ja, holy shit. Oder Cleric-Decks. Ich hab mal ein Cleric-Deck, das hat leider nicht gut funktioniert, aber wow, mit der, könnte es vielleicht echt wieder funktionieren. Weil du einfach mehr Kartenwert rausziehen kannst. Ja, okay, mein, 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 äh, mein, ähm, Cleric ist draufgegangen. Ah, krieg ich ein 3-1er fliegend. Die ist insane. Ach so, Visibility triggers only once each turn. Hm, okay, ich verstehe. Also, selbst wenn der Gegner Shatter of Sky spielt, kriegst trotzdem nur einen. Alles klar. Fracture, ähm, nett. Sehr nett. Ähm, also, auf jeden Fall ein Muss im Sideboard, wenn du ein Best of Three spielst. Ja? Echt geile Karte, super Sache. Äh, warum hab ich den mit reingenommen? Killian, spells you cast with target a creature, cost too less to cast. Leider kein Cleric. Schwarz-Weiß, aber leider kein Cleric. Ähm, aber ich wollte ihn trotzdem erwähnt haben. Target creature gets, äh, make your mark. Äh, Target creature gets, when a creature dies with turn, create a free two red and white spirit creature token. Sowas, ich mag sowas. Ich mag so kleine Karten mit eventuell großen Effekten, wo sich dann der Gegner entscheiden muss, hm, lass ich sie jetzt durch oder nicht. Vanishing Verse, Exile Target, Mono-Colored Permanent. Holy fucking shit. Das ist zu Recht eine Rare, weil das ist fucking broken. Das ist insane. Also die, auch hier, also wirklich sehr viele gute schwarz-weiße Karten, die eventuell mein Cleric Deck wirklich aufpowern könnten. Mann, das ist super. Das ist echt cool. Also da, da crafte ich mir auf jeden Fall ein paar. Äh, Simone, was war mit der? Simic push, you may put a land card from your hand onto the battlefield tapped. Zwei Mana. Zwei Mana, ramp ohne Ende. Das ist fucking nuts. Ja, also ich glaube, ich werde mir ein Simic Deck zusammenstellen. Das ist praktisch, das ist praktisch die Simic Engine. Ja, ähm, aber Dice to Removal, Dice to, ähm, Bonecrusher Giant. Aber auch zu Recht, weil das ist fucking insane. Ähm, und Cody, Cody, würde ich gerne, ich, ich lese ihn jetzt nicht extra vor, lese ihn euch selber durch. Äh, ich würde Cody gerne funktionieren lassen, aber es ist eine Kreatur und Dice to Removal. Warum ist das nicht einfach ein Artefakt? Wizards, warum ist das nicht einfach nur ein Artefakt, die Karte? Als Kreatur kann ich die so gut wie überhaupt nicht brauchen. Warum ist es nicht einfach nur ein Artefakt? Dann hätte man da wirklich ein ganzes Deck drumrum bauen können. Das verstehe ich nicht, sowas. Äh, Reflective Golem, das ist absolut insane. Das ist, äh, praktisch prädestiniert in so einem, äh, äh, Equip-Power-Up-White-Weenie-Deck gespielt zu werden. Absolut irre, die Karte, äh, und, ähm, und, 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 äh, auf jeden Fall, wie gesagt, bevor mir die Batterie ausgeht, möchte ich auf jeden Fall noch über, äh, Strixhaven Stadium gesprochen haben. Die wird super, ich lese sie jetzt auch hier nicht extra vor, lest sie euch bitte selber durch, weil sonst, wie gesagt, wird das Video irgendwie zwei Stunden lang. Ähm, super eventuell in einem roten Deck. Enormer Push, Alternate Win Card, enormer Push auf den Gegner. Der Gegner muss praktisch, der Gegner wird dazu gezwungen, deine Kreaturen zu blocken, respektive dich anzugreifen, und dann ungeschützt für deinen nächsten Angriff zu sein. Für drei Mana, die dir dann zumindest auch ein Colorless noch gibt, das ist fucking insane. Die Karte ist absolut irre. Und die werde ich auf alle Fälle versuchen, irgendwie machbar zu gestalten. Ja, also auf jeden Fall möchte ich da irgendwie ein rotes Deck drum rumbauen. Ähm, das ist genial. Strixhaven Stadium ist absolut genial. Ähm, Sifir Boots, absolut insane. Ähm, Tourplayer Draw Card, wenn du Scarder Card, absolut insane. Ein Mana und dann zwei, jede Kreatur kriegt fliegend von dir. Jede beliebige. Absoluter Wahnsinn. Also die werde ich vermutlich in mein Stompy Stomp Deck tun. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, ja, in meinem Stompy Stomp Deck, da wird sie vermutlich sehr gute, äh, sehr gute Möglichkeiten sich erschließen. Ähm, Access Tunnel, nette Karte. Ich möchte sie einfach nur erwähnt haben. Und zuletzt reden wir noch schnell über die neuen Doppelländer. Ähm, es ist ja immer so, reine Doppelländer kannst du nicht machen, die sind zu broken. Deswegen musst du immer so ein Drawback mit dazu haben. Zuletzt hatten wir jetzt die Pathways. Die Pathways sind brillant. Absolut brillante Karten. Jeder hat die im Deck. Die Pathways sind genial. Ich bin sehr gespannt, äh, wie diese Reveal Lands jetzt hier bei den Leuten. Ich werde sie wahrscheinlich nicht spielen. Ich werde diese ganzen Rares vermutlich nicht spielen. Ich finde, das ist zu riskant. Reveal an Island or Mountain. Ja, wenn ich jetzt keinen habe, oder sagen wir mal, Reveal a Mountain or, Reveal a Mountain or, or, äh, Swamp. Ja, meine, ähm, Pathways sind jetzt aber nicht Mountain oder Swamp. Äh, die meisten Doppelländer, glaube ich, jetzt in Standards sind nicht Mountain oder Swamp. Mein Castle Lock Twain ist kein Swamp. Das heißt, ich kann die alle nicht herzeigen, um die ungetappt ins Spiel zu bringen. Und insofern, ich glaube, ich werde die nicht spielen. Ich glaube, ich werde die nicht spielen. Diese neuen, diese Reveal-Doppelländer, so nenne ich sie jetzt mal. Äh, mhm, da bleibe ich lieber bei meinen Pathways. Und wir sind durch. Dreiviertel Stunde. Ich hätte gedacht, das Video wird nur halb so lang. Aber, ja, äh, Leute, Leute haben was zum Diskutieren. Leute haben was zum Angucken. Und, mehr soll es ja auch gar nicht sein, dieses Video. Das war's für heute.